Der Restlos-Glücklich-Tipp von Graziella aus der Kochgarage. Einfach Kühlschrank aufmachen und anrufen. Hi Thomas hier. Ich habe Naturjoghurt, Knoblauch, Kapern und Hähnchenbrust. Hey Thomas, das ist gut. Mach du griechische Hähnchenpita-Brot. Hähnchenbrust klein schneiden, mit gehacktem Knoblauch, eine Esslöffel Kapern und etwas Olivenöl marinieren. Jetzt brauchen wir Grundzeug. Oregano, Timian dazugeben. Alles in heiß geölte Fahne braten, Pita-Brot aufschneiden, rein damit mit Hähnchenbrust, Joghurt drauf, Pfeffer, zack, fertig. Ciao, Graziella aus der Kochgarage.